Heute vor 108 Jahren fand das Seegefecht auf der Dockerbank zwischen deutschen Aufklärungsstreitkräften unter Kontradmiral Franz Hipper und der britischen Schlagkreuzerflotte unter Vice Admiral David Beatty statt. Der deutsche Vorstoß in die Nordsee galt der Überprüfung der Fischerflotten auf spionageverdächtige Fahrzeuge. Die Briten kannten den deutschen Funkschlüssel und konnten die unterlegenen Deutschen überraschen, die als dann nach Südosten zu entkommen versuchten. Dabei wurde der große Kreuzer SMS Plücher durch Artillerie und Torpedos versenkt. Der Obermaschinisten-Mart Wilhelm Heidkamp rettete SMS Seidlitz, indem er die achteren Munitionskammern, die durch Treffer brannten, flutete und so das Schiff vor der sicheren Zerstörung bewahrte. Wir gedenken heute der etwa 950 gefallenen deutschen Seeleute sowie der 15 getöteten Briten. Ebenso allen Teilnehmern dieses Gefechtes. Hausherr in der Überprüfung.